Vielleicht kriegen wir den Bloodcoat von ihm? Au! Okay, ich sollte eventuell nachdenken, Paar. Hm, weswegen jetzt da ich weiß, dass Spells zu gut sind, bin ich gerade echt am überlegen, wenn ich gesagt habe, das Setup zu ändern. Bisher bin ich halt echt ausschließlich auf Weapon Damage gegangen, aber ich habe das Gefühl, das flacht langsam ab. Also nicht nur langsam, sondern eher so heftig. Oh, ist das wieder Drop City hier? Jetzt noch Drop City. Toll, noch ein Stempel. Vollkommen worth it. This way, huh? Oh, du bist ein Stempel. Ok. Oop, waddup Immer noch Stahl. Das ist ein Item. Da oben sind immer noch die beiden. Hier sitzt auch noch einer. Ach, come on. Ihr seht mich gerade nicht, hm? Können wir aufhören Stahl zu... Oh, ich muss da lang, um da hochzukommen. Gib mir mein Königin Titan, das wär voll cool. Nicht auf mich schießen. Bin unbewaffnet. Was, das sind drei? Guck mal ein bisschen Alcor zurück. Na zwei. Nice. mit spät mit spät spielt sich das spiel vollkommen anders ich könnte daran gefallen finden aber ich habe auch das gefühl es könnte ein bisschen op sein wir werden es rausfinden da ist ein blatt das heißt was ist hier nach finger und time to go back okay dann warte mal warte mal warte bevor wir da lang gehen das ist mal hier lang wirklich geht das reicht nicht schade ich werde sterben weil ich kein anti griff gerade drin habe was ziemlich kacke ist ok es war eben orientierung wieder gewinnt von da sind wir gekommen was ist hier für ein weg noch mehr überreste ich will diesmal gehe ich nicht ohne alle überreste in den boss weit soll das habe ich alles das heißt die wege die jetzt noch offen sind sind immer schön nach zieht es auch umgucken inzwischen gelernt immer wenn ich immer so versehen war es irgendein gut versteckter drop ich habe keine heilung nichts mehr das ist doch sehr interessant doch kommen Ach du scheiße I somehow did it Lass mich mal zurück in Richtung, wisst ihr Dies hattet ihr irgendwann mal? Echt nicht? Gott sind sie hartnäckig Wirklich? Nope So, wo ist jetzt der Weg quasi? Da rum, da rum und da hoch, okay Also Hi Gott, ich mag diese Eissense, die ist echt solide So Der Weg ist jetzt wo lang? Da lang und dann da hinten lang Ja ja, ich schieße auf mich, ist okay Ich habe es gerallt Was ist mit dir? Mochi Mochi Hallo Hallo Hi Willst du nicht herkommen und versuch mich abzuschießen? Ja, komm, noch ein Stück Komm, trau dich Ich bin heiß, knackig, unterbrote Haare Hm Muss nur hier, komm reinbeißen Ach, come on, wirklich Hi Gibt's dir gut? Gibt's dir gut? Anscheinend Oh Oh, ein bisschen übermütig, der Freund Äh Was ist da der letzte Weg, den ich gehen will? Da Da liegt angeblich ein Item Unter mir, maybe? No way Da oben liegt eins Ich mein, da sind wir schon lang geladen Zuerst mal das Chaos da oben beseitigen Au Will eigentlich sie triggern, damit sie runter kommt Oh Oh, gib mir doch den Backstab, please Dankeschön Zuerst die Ach, ihr seid beide ranged Ja, cool Überhaupt nicht nervig mit Doppel ranged Nein Ach, du willst auch noch, ja? Ach Ach, du willst auch noch, ja? Was heißt denn du hiervon? Nenntes Schild, bringt dir noch nix Das Item habe ich eben liegen lassen Bei Antonikum Ich hoffe mal, ich habe hier alles Und wenn ich später irgendwas vergessen haben sollte werde ich es schon merken Zumindest gerade meine Hoffnung Oh Nichts was mich einspringt Ich fange echt an das Eis Ding zu mögen Das ist nicht gut Wow Was ist denn hier passiert? Ist da plötzlich eine Casting Show? Oh This Game Ich muss die also wahrscheinlich alle gleichzeitig verhalten Außer der eine, der sich jetzt wieder verkrümmelt weil er keine Lust mehr hat Oh, cool Oh, cool, okay Oh, cool, okay Dich Das heißt nur noch du bist über Plus alles mögliche, was da von oben runter springen kann, ja? Nice Die Spels hauen halt echt gut rein Absurd gut Oh Gott, hier auf mir Stahl zu geben, ich höre die Tür Typische Souls Kiste, ey Oh, guck mal, die Kiste, mach mal auf Boop Schleim fällt runter Mh Gott ist das verwinkelt, hier Obwohl gar Oh, du scheiße Spells hätten übrigens nicht durch die Wand Was hören wir denn links von uns? Über mir maybe? Ich höre irgendwo was, aber ich sehe es nicht Okay, da ist einer, da sind zwei Das ist schon ein Grund, warum hier Deutsche liegen Oh ja, so um die Ecke Dankeschön Der Deppler ist mir dauert zu lange Ich werde Gefahr nicht, aber klar Magst nicht irgendwie ein anderes Spin to win Super unlucky Das war alles an Heilung, die ich hatte Das heißt alles, worauf ich mich jetzt verlassen kann, ist das hier Nicht unbedingt perfekt, dass man kann drum herum spielen Hier geht es hier hin Hier geht es nach oben Oh, okay Das ist actually nice Das ist really nice Okay, hier ist nicht zufällig irgendein totes Drop Wenn ich da runter droppe, komme ich quasi Achso, nach hier Ah, hier war ich schon Weiß nie, weiß nie, weiß nie, weiß nie Okay So, wo war jetzt der Weg lang? Achso, hier stehen ja ganz viele Den habe ich eben geedit Okay Das hört doch auf Stahl zu droppen Stahl kann ich auch kaufen Okay, lieber Titan So, mein Weg führt mich jetzt hier lang, richtig? So, ich bin dumm Ich bin dumm Weil ich kann einfach hier runter droppen, um hier lang zu gehen Okay Dann brauche ich mich um den ganzen Schwachsinn da unten nicht kümmern Also Spells helfen definitiv mit Mobgruppen So, hier ist ein kleiner Haken drin Der führt mich wohin Was sehe ich denn da? Überlebenskünstler, ha? Weiß nicht, ob ich das Gebiet hier mag, ey Super verwinkelt Obwohl ich will, glaube ich, zuerst Wow, da ist noch eins Also auf der anderen Seite, war klar Okay, ich werde jetzt erstmal den Weg erkunden, wo ich die Karte kenne Und dann den anderen Nimm's doch auf So Ich dachte, die kann jetzt mehr irgendwie Aber irgendwie auch nicht Wo ist das? Schrittschub Keine Ahnung, ob man den braucht Okay, das ist nur, um hier hin zu kommen Das heißt, den Weg, den ich gerade eben gegangen bin Scheint der richtige zu sein Nice So Systematisches Absuchen Ist das hier so ein Ding, was definitiv Maybe nach Drops schreit Oh mein Gott Ihr habt die Viecher hier? Das ist ja voll ätzend Das ist ja voll Hardcore Oh mein Gott Magst du mal nachher hinten kommen? Natürlich bist du ranged Natürlich Kommt zumindest irgendwie um die Ecke Nee, macht sie nicht Doch, macht sie Ja, das Ding ist eher mich interessiert Jetzt eher, was du noch alles für Möglichkeiten hast Dadurch, weil Ich bin vorher relativ davon aus Dass Speils, keine Ahnung, ganz nett sind Aber wenn du nicht straight drauf gehst Ist das halt super kacke Und ja, ich hab natürlich nicht dran gedacht Dass du bei einem Level Up immer alles Alles skillst Das heißt, du kannst halt fröhlich hin und her switchen Wenn du lustig bist Das sounds like a fun area hier Wie stehen denn da noch zwei, ne? Ja, Möglichkeiten hast du genug Fühlt sich definitiv nicht an wie Bloodborne Was dir die Möglichkeit gibt Hey, spiel Beast Cleaver Oder deinstalliert das Spiel Sehr nett Sehr, sehr nett Oh nein Ich bin nicht da Fuck das I don't wanna play this I don't wanna Fuckin' Invasion Bullshit Ist so annoying Oh mein Gott Ist das nervig Aber ja, man kann ja vor Invasion Auch nicht weglaufen Da war ja was, ne? Wenn ich schon sterbe Will ich irgendwo wenigstens in der Nähe sterben Wo ich mein Kram wieder kriege Invasion ist das Dimmster in dem Game Also ich verstehe diesen Ich verstehe diesen Invasion Punkt nicht Vielleicht ist die Waffe ja wenigstens gut Was hab ich gekriegt Was ist das hier? Verformte Klinge Verformte Klinge Funktioniert super Ich kann mich 9 von 10 Sekunden nicht bewegen Weil ich grundsätzlich Stunlock bin Nice Jetzt fahren Gott, ne Kann ich nicht spülen Ich bin einfach nicht gemacht Mit zwei Händen in diesem Spiel Du kannst alles in Bloodborne vergessen Du kannst alles in Bloodborne vergessen Außer du spielst Äh Biestleaver Ich hab versucht Einen fucking Stockball zu machen Und es funktioniert einfach nicht Okay Okay Ich hab mich einfach alle Das Problem wenn ich hier runterspringe Im Gegensatz zu unten lang zu laufen Ist halt echt Dass ich mindestens zwei Mobs äh Gleichzeitig Definitiv ein Problem Ja weil die hier sind kein Problem Sobald ich das machen kann Das ist einfach nur die Oh es ist halt weird Ich hab das Gefühl Das gesamte Game ist einfach Crowd Management Das ist basically Hey Fucking Enemy Crowd Simulator Da bin ich lang gelatscht Da war nicht mehr Das einzige was hier zu sein scheint Ist echt der dämliche Kack Da hinten Maybe hier lang Oh ja hier lang Ist wahrscheinlich So Oh mein Gott Ich hab den Däsch so sehr Der Däsch ist so gut Der Däsch ist die beste Ability Im gesamten Game Mit Abstand Wirklich mit Abstand Das Ding ist crazy gut Ich weiß dass es den noch als Spill gibt Aber ihn einfach als normalen Däsch zu haben Ist so fucking gut Ja Ja What? das schöne an Spells sind halt dass es basically 3000 damage ohne ausdauer zu benutzen das ist echt gut noch mehr Atemist lass mich raten zieh es zu die Erkennungsmarken ok gucken wir mal wo wir die herkriegen